In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man schnell und einfach eine Ebene von der Parameterform in die normalen oder Koordinatenform umformen kann. Bevor wir uns das Ganze gleich anhand eines Beispiels anschauen, will ich eine kurze Übersicht über die drei Ebenenformen oder Ebenengleichung geben. Als erstes die Parameterform. Neben dem allgemeinen Vektor x und dem Parameter t und s, sehen wir einmal noch den Vektor p, das ist der sogenannte Stützvektor. Und die zwei Vektoren u und v, das sind die Richtungsvektoren oder Spannvektoren der Ebene. Als nächstes die normalen Formen. Auch hier sehen wir den allgemeinen Vektor x. Zusätzlich haben wir natürlich wieder einen Stützvektor und einen sogenannten Normalvektor. Dieser Normalvektor steht immer senkrecht oder orthogonal zu der Ebene. Und den finden wir auch wieder in dieser Koordinatenform. Ich habe es hier schon angedeutet und ich glaube, man kann es gut erkennen, das sind genau die Koeffizienten von x1, x2 und x3. Also diese n1, n2 und n3 sind die Koordinaten des Normalvektors. Und von vornherein einen kleinen Hinweis. In diesem Tutorial werde ich nur die Umformung von Parameterform in die normalen Form, beziehungsweise auch direkt in die Koordinatenform oder von normalen Form in Koordinatenform behandeln. Die Rückwärtsumformungen sind Teil eines anderen Tutorials, was ihr bei Bedarf im Abspann dieses Videos findet. Was man hier an dieser Stelle auch noch gut erkennen könnte, ist die Tatsache, wenn man von der Parameterform in einer dieser anderen zwei Formen springen möchte oder umformen möchte, braucht man unbedingt diesen Normalvektor. Und zwar, bei diesem Lösungsweg werden wir diesen Normalvektor mit Hilfe des Kreuzprodukts bestimmen oder des sogenannten Vektorprodukts. Und an dieser Stelle wollen wir uns noch kurz erinnern, wozu diese besondere Rechnung da ist. Und zwar, wenn man zwei Vektoren, a und b, hat, dann schafft man mit Hilfe des Vektor- oder Kreuzprodukts, ein dritter Vektor zu bestimmen, der gleichzeitig auf beide Vektoren orthogonal draufsteht. Das ist natürlich sehr nützlich, wenn man den Normalvektor einer Ebene bestimmen möchte. Und schon sind wir bei der Beispielaufgabe. Wir haben hier eine Ebene in Parameterform und die möchten wir natürlich in einer normalen oder Koordinatenform umformen. Und wenn man in eine dieser anderen zwei Formen umformen möchte, die ich jetzt rechts zur Übersicht nochmal eingeblendet habe, braucht man unbedingt diesen Normalvektor. Dieser Normalvektor steht ja orthogonal zu der Ebene. Und ich glaube, wir können uns ganz gut vorstellen, die Ebene in Parameterform kann man auch sich so ausdenken. Man hat hier einen Stützvektor und ausgehend von diesem Stützvektor gibt es zwei Richtungsvektoren. Das sind natürlich hier die hinteren. Und auf dieser zwei Richtungsvektor brauchen wir ein dritter Vektor, das ist der Normalvektor, der auf beide orthogonal steht. Das bedeutet, wir werden jetzt das Vektor oder Kreuzprodukt zwischen dieser zwei Richtungsvektoren ausrechnen. Also, als Ansatz könnte man dann schreiben, Vektor N, der Normalvektor, ist 3, 6, minus 3, Kreuz, 8, minus 4 und 4. Und das können wir hier als Nebenrechnung an der Seite durchführen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Ganze zu rechnen, mit Hilfe einer Formel. Ich bevorzuge jetzt diese kleine Nebenrechnung aus der Eselsbrücke, wo man die Vektoren zweimal untereinander schreibt und dann miteinander über Kreuz multipliziert. Und das werde ich jetzt auch kurz hier machen an der Seite. Also hier haben wir 8, minus 4, 4, 8, minus 4 und 4. Die erste und die letzte Zeile kann man wegstreichen, die braucht man nicht. Und dann fangen wir hier oben über Kreuz zu multiplizieren. Also 6 mal 4 sind 24, dann kommt immer ein Minuszeichen. Und minus 3 mal minus 4 sind 12. Danach fassen wir gleich zusammen. Minus 3 mal 8 sind minus 24, dann kommt wieder ein Minuszeichen. Und 3 mal 4 sind wieder 12. Und die letzte Runde, 3 mal minus 4 sind minus 12. Dann wieder Minus. Und 6 mal 8 sind 48. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen werden, dann haben wir oben 12. Unten haben wir minus 36. Und hier an dieser Stelle haben wir dann entsprechend minus 60. Gut, wir haben relativ große Zahlen und die sind jetzt mit Absicht so gewählt worden, damit ihr noch eine weitere wichtige Eigenschaft hier lernt. Und zwar, wenn möglich, ist es immer günstig, diesen Normalvektor zu kürzen. Dadurch habt ihr kleinere Zahlen und einfachere Rechnungen. Das bedeutet, an dieser Stelle können wir das Ganze nochmal durch 12 teilen. Und dann kriegen wir einen Normalvektor, der deutlich einfacher aussieht. 1, minus 3 und minus 5. Und das sind für uns die Koordinaten des Normalvektors. Die übernehme ich hier an dieser Stelle. Also 1, minus 3 und minus 5. Damit können wir jetzt problemlos schon die ersten Ebenengleichungen aufstellen. Also für diese normalen Form brauchen wir einen Stütz- und einen Normalvektor. Das haben wir alles, den Stützvektor nehmen wir von hier oben. Und dann können wir sagen, die Ebene in normalen Form sieht wie folgt aus. Also Vektor x minus den oberen Stützvektor, das ist 1, minus 2, minus 2. Mal unser Normalvektor, 1, minus 3, minus 5. Und das Ganze ergibt natürlich 0. Fast genauso einfach ist es auch alternativ in die Koordinatenform umzuformen. Also wir erkennen anhand des Aufbaus rechts, Normalvektors sind immer die Koeffizienten für x1, x2 und x3. Aus diesem Grund können wir das gleich ausnutzen und sagen, für unsere Ebene in Koordinatenform. Sieht das Ganze so aus, also vor dem x1 steht eine 1, dann haben wir 1 mal x1, minus 3x2, minus 5x3, ist erstmal b. Das Einzige, was im Moment noch unbekannt ist, ist diese hintere Zahl bei den Ebenen. Und um die zu bestimmen, kann man zum Beispiel den Stützvektor von der Parameterform einsetzen. Also für x1, x2 und x3 einsetzen. Das werde ich auch klein kurz hier andeuten. Also Stützvektor einsetzen. Und dann sieht das Ganze wie folgt aus. Wir haben dann 1 mal 1, minus 3 mal minus 2, minus 5 mal minus 2, sind gleich b. Natürlich können wir das Ganze auf der linken Seite zusammenfassen. Wir haben dann 1 plus 6 und plus 10, sind ja nichts anderes als 17. Und damit können wir natürlich auch die Ebene in sauberer Koordinatenform angeben. Also e ist dann x1, minus 3x2, minus 5x3, sind gleich 17. Und das war es grundsätzlich. Natürlich auf die gleiche Weise können wir auch, wenn Bedarf von der normalen Form in die Koordinatenform springen. Also von hier nach hier. Da wir hier den Normalvektor schon haben, können wir ihn gleich hier vor x1, x2 und x3 schreiben und dann diesen Stützvektor natürlich wieder für x1, x2 und x3 einsetzen und das Ganze zusammenfassen. Also, ich habe jetzt die Umformung von Parameterform in die normalen Form oder Koordinatenform gesehen. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar Hinweise. Natürlich, im Zusammenhang mit dieser Umformung macht es durchaus Sinn, auch die Rückwärtsumformung anzuschauen. Damit meine ich von Koordinaten in normalen oder Parameterform. Es gibt auch viele alternative Lösungswege für die Umformung. Sehr wichtig ist vielleicht auch der mit Hilfe des Skalarprodukts. Aber es gibt noch andere alternative Lösungswege und alle diese Tutorials findet ihr jetzt gleich im Abspann.